hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge the legend of zelda herr war seine verheerung ich habe offscreen ein paar missionen gemacht hier die mission impasse training links ein training wo wir verkackt haben in der letzten folge dann habe ich hier das gemacht die zuckerklaube und ein bisschen nervös ein paar missionen also nur so kleine aufgaben manier auch ein paar abgeben missionen die habe ich gemacht weil ich die mit euch zusammen machen wollte irgendwie keine ahnung und jetzt wo ist denn das okay will ich die machen okay okay Okay, ähm... Wie komme ich denn hier durch? Ach, vielleicht so. Ich solle vielleicht mal den Titanlaser auspacken. Ja! Das ist eigentlich überraschend, dass es überhaupt einen neuen... ... überhaupt noch einen Durchhalten hier gibt. Also... ...Ditalen. ... 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 Das, 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 700 kostet nicht das, 30 Schaden. Ok, na gut, wir müssen uns sparen wieder, ähm, Linkstraining-Lanze, das ist ja das Geheimtraining, oh, da kriegt endlich Prinzessinnen in den Zehen. Ok. Boah, Zelda, das ist ja richtig auch scheiß Kämpfer. Ah, Zelda, die ist ja absolut überhaupt nicht mein Fall. Wow. Zelda, man, ne, ne. Ok, also ganz ehrlich, die soll ich nicht mit der hier reißen können. Die ist absolut schrecklich. Aber dafür ist ihre Bombe ziemlich geil. Läuft. Ja, gut, also Zelda, da brauchen wir sie nicht drüber zu streiten, die ist einfach nur scheiße, was das Steuern angeht. Ich hab grad mal 170 Gehtnerwissig mit dem. Mit Linker ist ja schon mehr als 300. 100. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, alpha, oh anxiety Spharos ist echt, u ăn ne pas. Oh, oh, oh. Oh, Booyin ist natürlich schon sehr dick. Und wie ist sie das Blatt? Oh, oh, oh. Die Hälfte lebt ja echt noch. Als ob man nicht mal mit der hier... Dings kann, ja. Was ist der da? Nein, nein. Hier ist ja gar kein Gegner. Was reicht denn dann hier hin? Ja, kann... Ja! Weiter! Und! Und hiermit? Hilfe! Okay. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht gerade anruft. Oh, hängst ja du Zelda. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt hier irgendwie... noch ein... Ja, ich wusste es. Und hiermit? Hilfe! 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 Das ist ja schlecht. So. Boah, Gott sei Dank kann ich die Quest endlich abschließen. Danke. Link als Lansenkämpfe. Ja, boah. Oh. Ich lass mal laufen durch den Sensor. Okay, hier krieg ich den auch. Wir machen das hier. Also... Okay, wir... vorher mal zum Schmied gehen. Und kombinieren links seine Waffen holen. Welche steckste Lansen der hat. Die hier. Hier kommen wir nicht damit. Damit, damit. Ja. Okay, das war's. Dann... Was? Äh, war's nicht, was du nicht... Die war dir aufgehende. Wechseln wir mal zu der Lanze. Z. Okay, Link als Lansenkämpfe. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, ob die Lansenkämpf ferm machen. Juuu... Wie Lemon geht schon irgendwie mit Lanze abhocker. Das war glaube ich acte jetzt. Einhundert besiegt. Ach, naja. Link killt habe ich mir schnell noch. Da muss ich das rauskacken ganz kurz, weil es da nicht so lief wie ich. Die fliegen durch die Gegenwehrbombe, das ist unnormal. Ich hätte einfach stumm schalten können. Habt ihr gerade das Ei gesehen? Wie sind die Mini-Rechte? Der hat ja ganz komisch gerade geparkt. Oh, da ist er noch weiter. Ah, da ist er noch weiter. Noll. Ja gut, die Link-Lanzen-Gämpfe ist gut, aber... Ich finde irgendwie... Schwert ist... Meins... Faro gibt das Schwert. Und... Boom! Tot. Jetzt hauen sie alle ab. Da haben wir 18 gebraucht und schnelles Geld gemacht. Hm, so mag ich das. So... So... Oh, jetzt auf eine weitere... Schwert ein bisschen dazugekommen ist. so... Ne, wie ist das mal... ...leine Kleine mal. Ich werde unbedingt ohne die Hose anziehen. So, so kann Link gehen. Eben war es noch nacht Todbringungsschlucht Wir fahren doch schon mal hier Oberen die die Vorposten Da ist einfach was Raku mal los Was ist das? Oh, I'm told. Hmmmm Eigentlich zählt er gar nicht mehr zum Vorposten mit hinzu, deswegen lass ich es einfach mal Leben. Ich hab dir absolut viel gebracht, also ich verstehe nicht, wie die Feindwirkung es gerade gab. Schmerzen, ich fand, so wird die ganze Gegner wohl. Auch kein Problem. Und Schmetter am Griff und Tod. Ihr seht hoffentlich wie Link abgeht, ja. Zwei Stück. 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 Ja, schieß mal. Und schmettern, Hilfe und tot. Ach ja, sowas gefällt mir. So. Da wir jetzt sehr viel gemacht haben. An normalen Quests. Und dann... Wollen wir da noch steuern? Ja, komm. Titan Power. Ja. ? Ich bin nicht meine Lage, hier Thumbnails zu machen. Lebst du immer noch? Wer siebt? Nein, ich bin dumm. Oh, der Part voller Detail und Power. Ich habe keiner so gesehen. Ey, guckt euch die Fläche an. Nein, das ist ein Power-Ivo-Rock. Magma-Rock, meine ich. Zwei Stück. Der ist ja unter mir. Also, er war unter mir. Der ist ja unter mir. Der ist ja unter mir. Der ist ja unter mir. Und ganz gediegen. Ja, das ist auch ein Erfolg aber gewesen sein, wenn die Folge euch gefallen, lasst da gerne einen Daumen nach oben da, ähm, ja, äh, Kommentar, alles, wie immer, Abo wäre nett, dann sehen wir uns im nächsten Tag wieder von The Legend of Zelda, Hyperboreas, Zeit der Verheerung. Tschüss.